Mein Radio hat Selbstmord gegangen, es ist vom Küchentisch, doch werde runtergesprungen. Die Kuhle konnte es nicht mehr entfahren, das Schöpfe von heute wird es auch nicht entfahren. Der Kübel hat es nie gestört, doch die Kuhle hat sein Gehör. Heute war es dann so weit, was sie da ist, was sie da ist, was sie da ist. Wir haben keinen Bock mehr, außer uns hört niemand Bock mehr. Wir werden uns erleichtern, wir werden euch kein Bock gefeiert sein. Mein Fernseher, der sieht auch nicht gut aus, würden sie vielleicht bei der Sendung verbrauchen. Antiga-Tat und Oliver Geissen, wir unterstützen nicht die Gesinthiebe-Erleichter-Planz. Okay, Moment, Moment, Moment! Nee, 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 nee! Gut, weiter geht's. Ein, zwei, drei, drei, mehr! Deutschland, super, 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 super. Wir haben keinen Bock mehr, außer uns hört niemand Bock mehr. Wir werden uns erleichtern, wir werden euch mit Bock begeistern. Wir haben einen Job mehr, außer uns hört niemand Bock mehr. Wir werden uns erleichtern, wir werden uns erleichtern, wir werden uns erleichtern. Его fühlen wir uns erleichtern, wir generell an uns expoty yards ist. Wir werden uns erleichtern, wir werden wir eine Schwarm kommt. Wir dreigen einen Menschenbereich, aber wir werden uns erleichtern. Warte mal, wollen wir mal das Publikum auch ein bisschen teilen? Was machen wir sonst nicht? Normalerweise sind wir ja relativ unerreichbar. Jetzt wollen wir mal vom Publikum eine Bait drum hören. Wisst ihr, was eine Bait drum ist? Es gibt große, runde Dinge, das hinter mir steht auf dem Boden und das macht bumm, bumm, bumm. Jetzt möchte ich gerne eure Füße, Rechtsfüße, Linkenfüße, aber rechts ist übrigens da, wo der gelbe Punkt ist. Gleichzeitig auf dem Boden standen, aber das mal alle, ja? Danach ist Schluss, alles klar, die Bullen sind schon da, nehmen uns alle gefangen. Aber jetzt nochmal das letzte Mal, ein für die Freiheit. Wo sind eure Füße? Nichts, wer stammt, was ist das? Wir haben kein Bock mehr, außer uns hört niemand Bock mehr. Wir werden uns erläutern, wir werden uns erläutern, wir werden uns erläutern. Wir haben uns erläutern, wir werden uns erläutern. Außer uns, wir werden die mal freuen, wir werden uns erläutern. Es geht nicht nur so ein Bekleidender. Ein schönes Ende, ich danke euch. Ein schönes Ende, ich danke euch.